Was machen wir jetzt? Wir sind doch zu viert. Wir können schon ein, zwei Ründchen fahren, glaube ich. Wir machen jetzt nicht ruhig. Ha, gut, keine Ahnung. Jetzt können wir die anderen lästern. Das war schon wieder Barrio-Stadium. Wer nimmt denn nicht den Disco-Drom? Aber Leon, wie fühlst du die GPA-Teams? Ich habe mir nicht ein einziges angeguckt. Also, er fühlt meins am meisten. Es interessiert mich kein bisschen, um ehrlich zu sein. Weil ich nicht mitmache. So einer. Ja, genau, das tust du, als wäre ich nicht das selbste Stück Scheiße. Aber du cheerst trotzdem für mich, oder? Aber du cheerst trotzdem für mich, oder? Ich cheer für dich, ja. Ja, aber Barry hat auch Lucha und Britzi gepickt. Ja, Barry hat halt auch ein richtiger... Okay, das muss ich zugeben, das habe ich gesehen. Barry und Lucha habe ich gesagt, der kann mich mal kreuzweise... Und ich habe Timo gesehen, Timo hat Excadrill. Ich so, ja, den Jungen fühle ich. Ich habe echt ein cooles Team, sage ich. Und das, was ich mitbekommen habe, ist, du hast Arcani. Das fand ich sehr schade. Ich fand das sehr schade. Weil ich wollte, dass du gescampt wirst. Er hat ihn aber in Runde 2 gepickt. Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen. Ich hatte aber gehofft, dass du vielleicht trotzdem wegen ihm gescampt wirst. Ich hätte Arcani in Runde 2 gepickt, wenn Grandiras weg gewesen wäre. Und Grandiras war weg, aber dann hat Prezi ihn trotzdem gepickt. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gar nicht vor, den zu nehmen. In welcher Runde wurde Ceroa gepickt? In der ersten Runde. Gut, dass ich dich mitgemacht habe. Ja, du hättest ihn niemals bekommen. Warte, er war ja als letztes gewesen. Deswegen bin ich ausgetreten. Achso. Schwierig. 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 Ich tue nur so, als wäre es ein Scherz. Wer ist hinter mir? Liam, okay. Eigentlich, wenn man fragt, wer ist hinter mir, ist es immer Liam. Alter. Das ist okay, ich bin das vollkommen fein. Ich bin in dem Game scheiße, ich habe noch nicht gespielt. Ja, das ist okay. Weißt du, kaum ist Downy raus, schon spiele ich hier Flawless. Ja, genau. Scheiß Redshells. Ja, wir gönnen dir noch einen. Ah, fuck. Ich bin zweiter, Leute. Von vier. Mann, wie viele Redshells hattest du present? Drei, halt nur Dreier. Vielleicht hab ich auch drei. Liam, ich sag, der Zweite ist der Erste in einer Reihe. Ultra-Instinct-Pilz. Für mich ist das immer noch der Erste. Ah nein, Liam ist Zweiter, lol. Hab ich doch gerade gesagt. Und ich hab drei Redshells. Okay, dann werf die mal auf present, bitte. Ich seh doch wie gleich eine blaue. Danke, dass du reinfährst, Timo. Nee, die Redshells, Alter. Liam hat jetzt auch drei Redshells. Ich hab's doch gerade einmal gesagt. Ich hab drei Redshells. Ja, ich hatte vier. Ja, ich hatte vier. Schwierig. Oh, der Ultra-Instinct-Pilz. Tschüss. Auch nee, der Kugel-Li. Bei der L-Kurve. Alter. Komm, Kugel-Li gönnen, gön, Gön, Kugel-Li. Die Kugel-Li. Press, ich hab jetzt zwei Kugel-Li in einer Runde bekommen. Ich hab zwei Kugel-Li in einer Runde bekommen. Ich schaff das heute noch. Ich glaub an euch. Ab und zu kann man gönnen. Ich hatte in einer Runde schon zwei. Ich warte dann auf euch, ne? Ihr macht das erst. Komm schon, töte ihn! Ich bin Zweiter. Ja, das war's. Ich hatte Kugel-Li. Ich hätte das gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich nicht. Ich würd sagen, letzte Runde, oder? Ja, letzte Runde entscheidet alles. Oh, nur letzte Runde? Auf geht's. Letzte Runde entscheidet alles. Wenn die am Jetzt gewinnt, würd ich's so fühlen. Alter, ich hab die ganze Zeit nur so getan. Ich hab noch diesen Moment gewartet. Boah, Alter, nur Scheiß-Drecken. Oh, nö. Ja, das gibt ne Runde Zufall. Ja. Der Zufall entscheidet. Ich bin der Coolste. Ich sag, jetzt kriegen wir staubtrockene Wüste. Ich sag's euch. Oh, das ist ne geile Strecke. Ich kenn die nicht. Die Steinblock-Ruinen. Steinblock-Ruinen. Spaß, ich bin main in der. So, ich hab 55 Punkte, Maxi 53. Ich sag, das ist interessant. Ich gewinne jetzt. Also jetzt, wie ich grade euch wegdominiert habe, ne? Das würd ich gern nochmal machen. Aber ich glaub, das passiert nicht. Kann mal passieren, sag ich. Ich sag, Maxi ist wohl ne Romina. Einmal ist keiner. Zeit, 5% zu geben, Leute. 5% zu geben. 5% zu geben. 5% zu geben. Na klar. Wieso fahrt ihr beide durch die Kisten durch? Ne, bin ich nicht. Also ich bin durch... Ich meinte, Timo und Maxi, die haben beide nicht die Kisten genommen. Doch, ich hatte ne Kisten. Doch, haben sie. Das sah nur so aus. Der Present fahrt jetzt bloß nicht vor mich, Alter. Ich hätte so... Hä? Warum hab ich kein Item bekommen? Ich bin durch die Doppelkiste gefahren. Ja, weil ich grad durch die Doppelkiste gefahren bin. Nein, da warst du nicht, Present. Du warst nicht bei mir. Nein. Ich bin an der Doppelkiste reingefahren. Oh, Present, nimm doch mir nicht meine Defensive weg. Ja, wenn... Ich hasse nicht. Deswegen bin ich überhaupt so nach hinten gefallen wegen dir. Momentan seh ich euch noch. Das ist ne gute Quote für mich. Das ist ne gute Quote. Ah, ich bin mal nahe reingefahren. Fick dich plötzlich. Sehr offenes Feld. Ja, kein Ding, man. Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass diese Abkürzung nicht genommen, aber gar keine Abkürzung ist, so wie sich das gerade verhalten hat. Ja, hab ich auch grad gemerkt. Ja, ich bin... Ja, Star. Ich fliege. Das fühlt sich gut an. Ich fliege. I believe I can fly. or I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. I'm on a bat Matababy, Badababy. Oh, quälcho! Warte, du hattest ne fucking Banane. Ich hatte ne Green Shell und anstatt, dass ich deine Banane kaputt mache, treffen wir uns mit beiden? What the fuck. Ja, ich glaub schon, und ja, Present macht jetzt noch Desten, damit er bloß weiß, dass ich hinter Wert möchte. Die Bombe, die verzeihst du, ja, ist okay, passiert. Passiert, ich bin präsent. Ja, das bist du nicht. Okay, fühl ich. Hängt echt weit unten in meiner Fuß. Ich bin durch die Items gefahren, ich bin so doof, Alter. Ich bin letzter. Ich gechoked am Ende. Ah, Preston, da bist du wohl der schlechtere Spieler. Letzte Runde entscheiden alles, am all right, boys? Ach, komm, Alter. Ich sag, wir müssten noch eine Runde fahren. Ja, ist okay, ist okay. Aber wirklich, Preston, die Bombe, die war so scheiße. Dann entscheiden jetzt diese Runde alles. Diese Runde entscheiden alle. War ich ein erster geworden? Nee, das war die letzte Runde. Alter, die Königliche Rennpiste. Ja, aber die Punkte entscheiden jetzt. Ah, Königliche Rennpiste. Warte, du bist erster geworden, dein Avatar hat eine Brille? Ja, mein Avatar hat eine Brille. Alter, Preston. Nein, 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 Preston ist allgemein erster. Ich hab halt die meisten Punkte deswegen. Die Krone. Yes, meine Königliche Rennpiste. Weil ich mir jetzt die Krone hole. Meinst du? Das geht, glaube ich, gar nicht, Timo, wenn Preston und ich Zweiter werden. Nee, wir haben, komm, vor euch. Okay. Ich fühl das richtig, Alter. Wir haben wieder am Ende erst und scant uns alle gesagt. Ich hab euch alle nur die ganze Zeit nur gescannt. Verpisst euch, tschüss. Preston, gib mir jetzt deinen Windschatten. Nein, du sollst wirklich das Item klauen, aber Windschatten nehme ich trotzdem an. Ah, eine Münze. Er hat sich ja richtig gelohnt, das Item zugekommen. Oh nein, das ist die eine Map, die ich versucht habe zu Speedrun in Zeitfahren. Ach ja, na klar, Alter. Speedrunner. Ich sag, du kannst Zeitfahren halt nicht mit hier vergleichen, weil hier halt die Ecke nachgehen. Ja, das ist richtig. Bedrohung ist größer. Maxi, mit der Tröne, die er offensiv einsetzen wird. Die Mario Kart Speedrun Community ist echt beliebt. Vor allem bei auf der Wii, Alter, holy shit. Ja, okay, aber die auf der Wii ist auch bullshit. Ja. Ich weiß noch, damals gab es diese Vulkanstrecke, wo man am Anfang diese... Ach komm, Maxi, du dummer Wichser. Ich wusste, dass das passiert. Ich machen konnte. Ja, man merkt einfach, dass wenn Downy weg ist, dass ich einfach der Beste bin. Das ist halt einfach... Ja, sel. Ach, die dumme Bombe, Maxi. Alter. Rache ist so süß. Ich habe dir nie was in deinem Leben getan, Maxi, du Arsch. Ja, aber Preston war auch da. Downy ist einfach der, der mich zurückgehalten hat. Das würde es gewesen sein. Downy hat dich zurückgehalten damals. Ja, ist wirklich so, Freunde. Jetzt gibt es auch Team Rauni. 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 Mach kein Auggi. Ah, Preston, nein. Ja, ich gehe nicht hin. Alles gut. Du bist kein... Du bist... Ich bin kein... Du bist kein Gefahr. Das war deine Schuld. Ja, meine Schuld, oder? Oh, mein PC sagt Speicherplatz freigeben. Ich hoffe, wir sind gleich fertig. Als ob... Du, du, ich fahre durchs Gras. Junge, was geht denn bei euch, Alter? Gleich... Ich sehe schon, komm, Alter. Gleich kommen noch Blue Shells, dann bin ich letzter, oder? Ja, komm. Wir haben alles zurückgehalten, eigentlich hat jeder von uns zwei Blue Shells und zwei Raketen. Jeder. Na, jeder. Alter, ich bin gerade psychisch unter Druck gesetzt, Alter, das geht nicht. Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay. Oh, der Preston, Alter, der ist richtig rangekommen. Oh, scheiße. Schmeiß den Walkman an, zieh die Haustür ran, weiter beiß ich nicht. Hast du immer gesagt, dass du echt eine beschissene Stimme hast? Nö. Mega knackig, Alter. Dann sag ich's dir jetzt. Nö, mega knackig. Nein, ich hab so ein schlechtes Atem. Ich sag ja, wenn Downey nicht da ist, bin ich einfach Free Erster. Ja! Ich wäre cool, wenn ich da ist, bin ich einfach Free Letzter, Alter. Nein! Oh! Okay, wir müssen noch ne Runde fahren, weil es gibt noch keinen eindeutigen Sieger. Ja. Zweimal 59. Du musst noch einmal Erster werden und dann hab ich's. Das ist Finale, danach ist es vorbei. Ja, danach sehen wir. Wir machen alles zufällig. Ja, alles zufällig. Ich muss noch einmal Erster, komm, ich bin zweimal Erster geworden. Jetzt noch einmal Erster. Das spannende Finale in Mario Kart zwischen Timo, Present und Maxi und Liam. Maxi, wir beide haben die Krone, eigentlich sind wir die Gewinner. Nee, nee, nee. Ich bin gerade zweimal Erster geworden. Es wäre echt cool, wenn jetzt einfach nur das Mario Kart Stadion gekommen wäre. Die Strecke ist echt schwer. Die ist wirklich schwer. Ich sag große Drachenmauer, Schwierigkeitslevel, vier Sterne. Ich finde, es gibt schwierige... Doch ein Erster, oder? Schwierigkeitsgrad Drache. Schwierigkeitsgrad Code Drache. Ja. Das ist nicht ein One-Punch-Man-Drache-Ding? Das ist ein Disaster-Level. Ja, das ist stimmt. Genau das ist es. Fucking Fake-Weep, Alter. One-Punch-Man. Ja, ich fern mir auch nicht, dass ich ein Weep bin. So sehen und so sehen, Alter. Ja, sagt die Person, die Anstrengung für Hunter x Hunter, ne? Ja, ich hab dir nicht angeschrien und hab gesagt, Alter. Als wir letztens im Call waren, hab ich so, Alter, da will ich ganz gerne mit dir drüber reden, Mann. Ja, let's go. Nee, Spaß. So, jetzt hier. Hauen wir mal Maxi um. Ja, hab ich gefühlt. Mann, das kann nicht sein. Ja, Mann, das kann nicht sein. Jetzt Maxi, hau Timo um. Ich lebe nicht. Doch, ja, ich lebe. Oh nein, ich hab meine Bandanen ausgelassen, wieder losgelassen. Timo. Bist du da reingefahren? Ja, du hast sie genommen. Ja, aber ich könnte sie eigentlich einsetzen. Wie ist Liam auf dem zweiten gelandet? Ich hatte drei Pilze und einen Stern. Jetzt gewinnt Liam einfach. Ja, aber wäre okay, weil wenn ich dann Zweiter bin, ist alles okay. Ist auch nicht so okay. Da kam Press Press. Na, ich sag, Zweiter wäre schon. Ach, Pressen, bitte! Hä, was denn? Ich hab mich gerade gefreut. Ich weiß, was passiert ist. Also, mein Carrier hat mich gefreut. Ach, Mensch. Was hab ich dir jemals getan, Maxi? Ich muss mit mir nach vorne gehen. Ja, bitte. Nein! Ja, ich sag's. Nein! Nein! Ja, okay, jetzt bin ich scheiße. Abstand der Beste. Ja, sehr leise. Timo, ich könnte ihn durch nicht werden. Zwei Runden erster geworden. Easy peasy. Und jetzt auch erster. Also halt komplett free. Ja, ist ja... Oh, da kommt die Blue-Share. Ach, come on! Äh, was? Komplett free, am I right, Timo? Ja, komplett free. Ja, sollte eigentlich... Ja, ich sag... Normalerweise... Da hat die Blue-Share nicht zurückgehalten, oder? Vom Skilgap her... Oh, come on, Prez, ist dein Ernst? Vom Skilgap her merkt man auf jeden Fall, dass ich hier gerade der Beste bin. Ja, jetzt natürlich. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Na klar, ich bin zweimal easy peasy erster geworden. Und jetzt gerade war ich ja auch die ganze Zeit erster. Ja, aber das ist Mario Kart. Ja, aber hä? Ja, aber trotzdem. Oh, wieso hab ich die Tröte wegge... Schöne Tröte, Prezint. Easy... Ich lebe! Bitte, Maxi, wie du jetzt nicht mit der Bombe auf? Ich hab dir nie was in deinem Leben getan. Ich hab gechokt. Ich hab richtig hart gechokt mit deiner Tröte, Alter. Schöne Tröte. Ach, come on! Nein! Wie? Nein! Das war meine Green-Shill. Hä? Liam ist die Erste. Ich bin Erste! Ja, komm! Liam ist die Erste! Liam ist echt Erste geworden. Die Runde entscheidet alles. Wir sind schon, Leute. Fickt euch. Die Runde entscheidet alles. Wir sind beide Erste gerade. Ja, die haben mich überholt. Die Runde entscheidet alles, hab ich gehört. Nee, es geht ja um die Punkte, Liam. Mir ist doch egal. Wir schaffen es, glaube ich, nicht. Ja, Maxi, jetzt, ja, müssen wir noch eine machen? Ja, du, du und ich sind jetzt gerade Erster. Ja, ich sag, das ist auch nicht fair für Maxi, wenn wir jetzt aufhören. Ja. Ja, genau! Ja, genau! Ja, wir müssen einen kleinen, einer muss halt mehr Punkte als die anderen haben. Richtig. Wer ist einfach immer Erster und ihr habt die ganze Zeit richtig am Arsch. Oh, was? Okay, bin ich im Erster geworden. Aber wie gesagt, ich habe einfach gerade gechoked, weil ich die Tröte einfach für sie hergesetzt habe. Weißt du, ich hatte diesen Pilz und bieg aber zu weit rechts ab, dass ich nur runtergefallen bin, anstatt Erster zu werden. Also, ich fand diese Drachenarena relativ einfach, ich weiß gar nicht, ob das euer Problem ist. Die ganze Zeit haben den gechillten Stern bekommen, während sich alle geprügelt haben und einfach durchgefahren. Oh, ich fand es ruhig. Ich habe drei Pilze, ich bitte dich. Ich fand das so einfach. Ich fand das so einfach. Bitte lass dir mal rein. Oh my God. Ich bin halt ein Arsfresser. Ich bin so ein Opfer. Ja. Ja, okay. Ich bin so ein dreckiges Opfer. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ach man, und jetzt, die haben hier vorhin mit einem Alu-Münzen. Man nennt nicht den, der auf der Mauer tanzt. Ne, zwei habe ich dir nicht wieder genommen. Ja, ja. Die habe ich dir gelassen. Und nicht, weil ich einfach nur schlecht bin dann hier vorgekommen. Ja, warum habe ich die nicht bekommen? Ich bin draufgefahren, hey, what's fuck. Ja, weil du ein Opfer bist. Ja, ich bin echt ein Opfer, Alter. No joke. Hey, wer hat meine... Timo, hast du gerade meine Greenshills geklaut? Nee. Ah, der Thump. Aber ich hätte gern was Besseres. Der Maxi direkt hinter mir, das gefällt mir nicht. Hat mich Timo nicht? Mir gefällt das schon. Ja, ist gerade sehr gefährlich alles. Greenshills habe ich gerade nicht so gefühlt, tatsächlich. Das ist alles gerade sehr gefährlich. Da kommt natürlich die Greenshills, aber klar. Wer ist denn eine Rakete, Leute? Würde ich füllen. Ich hätte gern einmal eine Rakete, wenigstens. Nee, das fände ich schon ein bisschen unfair. Alter, okay, das war gerade Skill. Das Todes-Holy-Shit. Okay, wenn du das sagst. Ah, Maxi ist ja so. Ah, das ist... Ich werde mich jetzt mit meiner eigenen Green treffen. Ich habe mich am Anfang direkt mit meiner eigenen Green getroffen. Und deswegen bin ich gerade so weit hin. Und das stört mich. Nein, ich muss so los. Ich bin so scheiße, Alter. Ja. Ich bin fast niemand an den anderen gefahren. Aber ich gehe nur Rotz-Ite. Das ist so Scum-Ars, Alter. Ich sehe es nicht ein, das Present jetzt gewinnt. Nee, sehe ich auch nicht ein. Ich bin die ganze erste geworden eben. Ich war immer vor euch beiden dreimal hintereinander. Und es bringt am Ende gar nichts, oder wie? Danke, dass du die rotes Shade geworfen hast. Ciao. Ja, aber ich sage, ich hätte schon vorher gewinnen müssen, weißt du. Ja, Downey hat mich ja zurückgehalten. Ja, Downey hat mich zurückgehalten, ist klar. Downey hat uns alle zurückgehalten. Ab dem Zeitpunkt, wo Downey weg war. Was ist das? Ah, scheiße. Ja, ich sage... War ich immer vor euch. Ich sage, Downey hat einfach nur gecheatet. Ja, ich sage... Hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Okay, letzte Runde, komm schon. Ach, Mensch. Flawless fahre ich das hier, Alter. Ich fahre das einfach... Ja, du hast ja auch keine Bedrohung. Nee, nee. Damit haben wir einen GG und einen festen Gewinner. Ja, ich sage, ich hätte es mir am meisten gegönnt, weil ich so insane war. Ja, genau. Also ich hätte mir persönlich am meisten gegönnt. Ja, ich sage, Liam, hättest du mich nicht überholt, dann wäre ich gewonnen. Ja, aber ich wollte einmal einen Sieg haben. Damit bin ich der Sieger. Let's go. Schaut euch die Krone an. Ja, Downey. Ich bleibe trotzdem der coolste mit meiner Sonnenbrille.